Apropos Richard Kitzbichler, wir haben nachgeschaut, er hat einen Head-Trick erzählt, Hans Gankl, im November 2000, damals für Salzburg, 5 zu 0 gegen Bregenz und er hat innerhalb von 7 Minuten 3 Tore erzählt. Hat er die Silbermedaille, nicht? Ja, fast. In Island hat er überholt, das wird eine Island-Sicherheit zählen. Hat er schon, hat er schon. Ja, aber stellen Sie das bitte klar, dass Hans Gankl, 4 Minuten der schnellste Warte. Schöne Grüße an Richard Kitzbichler. Ja, bitte schöne Grüße, ich werde mich eingesehen vom Match in Salzburg, du bist noch Zweiter.